Jetzt haben wir uns den Ragnarmo an. Der Arme sieht ja komisch aus. Der Arme sieht ja komisch aus. Ja, genau. Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. Das ist ein Baby. Oh, wir haben hier oben so eine Säge. Da wohnt ich hin. Ich weiß nicht, wo die überhaupt. Mal schauen. Mal schauen. Der Mensch ist einfach gar nichts. Halt gar nichts. Sind wir nicht was? Und dann war ich auf jeden Fall klar. Ich war nur am Mörkel. Hast du auf PC gespielt oder hast du auf Xbox gespielt? Das ist richtig, was ich mache gerade. Ah, PC. Okay. Ob ich das richtig mache gerade? Was ist falsch, Chef? Okay. Gibt es verschiedene Möglichkeiten? Gibt es verschiedene Möglichkeiten? Gibt es viele Möglichkeiten? Gibt es viele Möglichkeiten? Gibt es andere. Es gibt noch eine Säge. Aber es ist ja Säge gefahren. Aber es funktioniert. Ist auch okay. jetzt habe ich den Arm, ne? Der hier nicht. Hier war auch ein Tor gewesen. Mit zwei Sachen. Zwei Halterungen. Oh, okay. denn das hast du gemacht hast du die siege benutzt was er den schauer benutzt ich muss doch falsche tage war doch richtig wenn ich sicher ja noch nicht nutzen oder allerdings mit zwei sachen drauf und dann habe ich zwei sachen jetzt ein säge und säge der kaffee vorbericht gezeigt ist säge und aber diesen schauer gab es ja und ich habe die siege richtiger und die schauer falsch keine ahnung und ich bin einfach nur brutaler als die anderen spieler weiß ich nicht da muss doch wieder und da oder aber richtig ich dachte du musst sich die säge nutzen dass er vielleicht lebend wäre was ist hier Nein, da war es nicht. Ich weile mich ein bisschen gerade. Ich weiß nicht, ob ich es so schweilen ist, aber ich glaube, ich weile mich. Ich glaube es, ich bin nicht sicher. Wo war denn das? Ich war doch ein Tor gewesen mit zwei Halterungen und zwei Dingern. Wo war das denn? Oben, glaube ich, ne? Ja, ich glaube da oben. Ja, glaube ich, genau. Es gibt da eine große Tür. Ohne Helfende Hand. Nicht nur für den ganzen Tag. Wo ich gerade bin, wahrscheinlich die Tür. Die hier, oder? Die Tür. Okay, aber ich habe gerade versucht, hier gerade sicher. Ich habe gerade versucht, aber geht nicht. Abgriff von meinem Arm. Wo kriege ich das denn jetzt her? Da geht es nicht. Hier war so ein Gerät gewesen. Aber wir haben gesehen, wie der Vorbericht. Habe ich noch ein kleines Gerät. Das war nicht groß, das Ding. War ein kleines Ding. Das habe ich auch gesehen. Aber ich weiß jetzt nicht, wo das war. Das ist ein kleiner Ständer. Da stand irgendwo ein Rand hier. Da kann man draufdrücken. Irgendwie, keine Ahnung. Ich habe meinen Vorsprang vorbericht gesehen. Aber ich frage mich nicht, wo das war. Okay. Ja, jetzt ist die Frage. Ich habe es jetzt wieder gesehen. Ich habe Vorbericht gemacht. Ich habe mal so eine halbe Stunde, 35 Minuten vorher vorgespielt. Und da habe ich das gesehen gehabt. Dieses kleine Teil. So ein kleiner Ständer. Ist nicht groß. Da war so ein Stab, ein Boden. Und oben war so ein Schalter dran. Oder sowas. Keine Ahnung. Und da weiß ich echt nicht, wo das gerade war. Hier war es das für ein Arm. Oben war es nicht. Da war ich schon umgestellt gehabt. Und da war es auch nicht. Da ist der Löffler. Diese Unschärf. Ich habe die Ausschaltung, die Unschärfe eigentlich. Und trotzdem kommt diese Unschärfe. Das da vielleicht. Nee, das ist das Ding. Das war es nicht. Das war einfach so eine Stange nur auf dem Boden. Nicht dick. Und oben war ein kleiner Schalter. Oh, was ist denn das drauf? Was auf andere Etage? Was auf andere Etage? Oh, ich bin nicht ganz sicher. Da stand ja einfach so rum irgendwo. Was auf der Etage war. War nicht groß, wie gesagt, das Ding. Konntest du schnell mal sehen, weil. Stand zum Rand von Weg. Klingt. Ich verweigere mich auf der rechten Seite. So ist dieses Schuss. Diese komische Stange da. Also doch, auf der anderen Seite. Hier ist die Säge. Die werde ich auch nehmen können, die Säge. Und ich meine es war ja nie, der Säge. Also hier irgendwie irgendwo. Hm. Ach doch, die andere Etage. Ich bin irritiert. Da. Da. Ach, war nicht doch. Hm. ich werde zurückfinden er ist also gleich aus und kann sie so schnell verlaufen hier da war der hebel da war das so 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 rote also ist nicht schlimm dass du siehst wenn ich mich weiblich aber nur zwei zwei frauen zwei weibliche zwei weibliche große gruppen ach so noch mal frage ist der ton okay soweit ich habe mich lauter leiser gemacht das spiel lauter gemacht weil er es noch dabei ist gut gekriegt dass das sehr leise war das spiel und ich war sehr laut ich hoffe jetzt ist besser oh da fehlen noch welche drin oder eine keine ahnung weiß ich will auch nicht warum denke ich überhaupt so 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 Oh, clear. Da war ich glaube ich schon, ne? Hey! Mein liegt da. Ein... Ein... Eine Ahnung, was das sein soll. Hm. Ich will jetzt nicht sagen wie das aussieht. Kennst du diese komischen F-Machines? Hm. Ach, gibt nur zweimal, da ist leer. Okay. Wenn ich so was habe, gibt es da schon noch Gegner oder irgendwann wieder so. Da, kann ich so schön benutzen. Ja, ja, ja. Keine Ahnung. Das war die erste, aber wie war sie da hinten? Ich trau den nicht. Ich trau den nicht. Ich trau den nicht. Ich weiß nicht ob ich es richtig mache, keine Ahnung ob ich es richtig weiß, weil ich gerade hier war es noch nicht gespielt wie das Spiel, noch nicht gespielt. Ich weiß nicht, dass ich die Zeit immer zu uns schon um die Ziele einschübschen wird, nur wenn ich den Spannung ganz sicher in diese Hand habe und ich bin auch nicht immer zu Engel. Oh, ok. Was war ich damit jetzt? Was ist das denn? Batterie oder was? Ich versteh nicht, was ich da gerade mache, aber es wird schon richtig sein. Was ist das denn? Ich muss da oben durch ein gehen, oder? Was ist das? Ich weiß nicht, was wir haben, glaube ich, oder? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich das richtig mache gerade, ich weiß es echt nicht. Ich weiß nicht, ob ich das gewinnt habe. Ich weiß nicht, ob ich das gewinnt habe. Ich weiß nicht, ob ich das gewinnt habe, oder? Sehr, sehr gut, geil, okay. Jetzt denken wir, es sind Batterien oder sowas, Naturbatterien oder Biobatterien. Ich habe keine Ahnung, Matrix-mäßig, eh, nur ekliger. Das ist unnötig, das muss ich ja rauskriegen, oder? Warte mal. Können wir das denn kommen, da oben vielleicht? Da oben, ja. Zwei? Wie viel muss ich da haben? Können wir noch an diese Batterien teilen? Ich hoffe, der Ton ist okay. Ich muss so scheiße an, ob der Ton okay ist, ob der Ton oder der Ton okay ist. Okay, das Spiel ist auch zu viel. Ich weiß nicht, du bist jetzt da hinten drüber, ne? Oder so. Irgendwas, weil es ja aufgewandelt ist da. Da kann ich auch nichts machen. Nein. Da auch nicht, da auch nicht. Das muss ja noch so ein Ding sein. Oh ja. Das habe ich. Und was habe ich? Wo ist der Dritte? Vielleicht ist es vielleicht noch vier, wer weiß. Ne. Ich habe doch keine Ahnung, wo ich sie gucken finden sollte. Mal gucken. Mal gucken. Also hier nicht. Also muss hier auf der anderen Seite sein irgendwie sein. Da ist leer. Da ist leer. Da ist auch nichts. Aber da kann man schon reingehen, oder? Ne. Okay. Ich kann nicht reingehen. Ich kann nicht reingehen. Soll ich hin. Ja. 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 Ich bin gleich wieder da und muss ganz kurz mal eine Frau Nacht sein. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich glaube schon, oder? Ja, da habe ich gekommen. Das heißt, ich muss da wohl durch. Ich muss da durch, glaube ich. Jetzt rauf der gleiche Richtung gelaufen. Toll. Hier war ich schon. Ja, okay. 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 Ich schiebe auf die rechthold, die ich schon aufhören. Das ist Tor, da gehen wir es mal da rum. Ne, da war ich ja schon. Das ist doch von der anderen Seite. Was heißt hier? Da kann ich hier hoch, da ist alles dicht. Oh, da muss ich durch das Tor gehen. Hm, ich muss hier durch. Das erste Tor. Nicht weiter. Da geht es nicht weiter. Da geht es nicht weiter, glaube ich, oder? Nein. Alles so gleich aus. Hier raus, immer links rum. Das ist ganz gerade. Da war ich auch schon gewesen. Auf der linken Seite ist noch ein Tor. Ich muss auch nicht hinkommen, oder wie? Ist schon wieder hier. Hier. Dafür war ein Kreis anscheinend. Wo ist das hier? Ich habe keine Ahnung, wo es hin soll. Meine Güte. Meine Güte. Ich glaube über den Kreis. Aber ich versuche mal ganz, ganz cool jetzt ganz gelassen durch das Tor zu gehen. Bis zum Anfang. Das ist das erste Tor. Und ich gucke, dass ich nicht vor einer Spur, äh, Weg abkomme. Das ist nicht immer gleich. Ich könnte auch einen Weg gehen. Ich bleibe auf dem Hauptweg. Ich bleibe auf dem Hauptweg. Ich bleibe auf dem Hauptweg. Da geht es so oder so. Hier ist das Tor. Hier war ich auch schon. Äh, irgendwie kommt mir vor, als ich im Kreis laufe. Ja, irgendwie ich laufe. Das ist ja das große Ding. Das nicht weiter geht. Diese Struktur hier, komme ich da hin. Hier hoch. Ich schkille mich sehr, hier in der Zeit. Ich schaue mich mal an. Ich spiele mich mal an. Und ich sage mich mal an. Ach, das ist alles sehr wahnsinnig. Ich gehe noch mal langsam nicht schnell, denn ich habe ja auch schon übersehen. Hier war ich noch nicht. Doch, da war ich hier schon. Ähm... ... 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